Okay, hallo meine lieben Freunde zu meiner zweiten Minecraft Realms oder Realms Folge Multiplayer. Heute ist mein Gast Kiyu02. Sag mal hi Kiyu. Hallo. Okay, ähm, ey, nicht nochmal. Ähm, so. Wie ihr ja wisst, haben wir diese tolle Höhle, wie ich auch schon beim letzten Mal gesagt habe. Was mit dir passiert? Egal. Auf jeden Fall, Jan, jetzt werden wir heute unter anderem farmen. Ähm, hast du Samen dabei? Ja. Kannst du ein paar holen? Jetzt habe ich Samen. Ja, ich jetzt auch. Drei Samen. Pass auf, ich, du nimmst, du übernimmst das Fett und ich übernimm, ähm, nimm am besten immer nur, ähm, ich nehme die Karotten, okay, und du nimmst die anderen. Und ich pflanze Karotten und du das andere. Das andere sind übrigens Weizen. Halt Weizen. Ja, und wir wollen auch heute unter anderem unsere neue Mine zeigen, denn, ähm, Kiyu hat, äh, alleine gespielt, beziehungsweise, ähm, ich dabei habe, weil ich Depp habe vergessen, wieder auf Aufnahmen zu drücken. Ich weiß, bin wieder ein bisschen doof gewesen. Und deswegen habe ich auch, ähm, habe ich jetzt auch natürlich nicht gezeigt, ähm, wie wir das auch gefunden haben. Ne, Kiyu? Ja. Und das jetzt? Ich wollte die Karotten, äh, die Kartoffeln abpflanzen und auf einmal war da sowas. Da bin ich auch reingegangen. Hast du jetzt, hast du jetzt, äh, Kartoffeln wieder gepflanzt? Ja. Na ja, doch. Ähm, gut, Baum. Boah, der Baum ist groß geworden. Ja, komm, komm, dann geh mir mal kurz was zeigen. Ey. Ich hab nur noch zwei Herzen, anderen Teil. Ich komm dir jetzt mal. Ja. Ich hab den Brot da hingefahren. Danke, ich hab nämlich Hunger. Okay, go. Warte, ich muss essen, ich muss essen. Ich hab mir mal abpflanzen da hinten. Dann bin ich hier so lange gegangen, ja, und dann waren wir hier so. Ja, und dann bin ich hier so lange gegangen. Ja, und dann bin ich hier so lange gegangen. Ja, und dann bin ich hier so lange gegangen. Ey, wir können auch die Kohle gleich mal abbauen. Ja, hier, jetzt. ja und dann war ich hier so und ich keine Ahnung was da drin war und hier ist der Zaubertisch hier hin ja und dann haben wir auch mega viele Sachen wenn man die hier die Regale da abbaut bekommt man dann die Bücher oder das ganze Regal ey wir müssen ja ich komme wir müssen ein Regal abbauen ich erzähle dir gleich wegen ja ich guck doch das Schwert ein Schwert ey wir haben gesagt wir nehmen das nicht und hier ist dann hier noch so ein Grund nein warte komm zurück komm zurück komm zurück komm zurück ja ich bin da ernsthaft wenn ihr mich wenn ihr mich jetzt wirklich noch einmal totsteckt das nervt mich sowas von äh übrigens vor der Aufnahme was hier 8 mal getötet ey man sollte mal Kills ich kann ja mal versuchen ähm hier Kills reinzubringen damit wir dann alle zählen können und dann aber dann tu ähm und dann aber dann sage ich das wenn du ja wenn du mich dann killst dann hast du aber ein Kill drauf das ist fair ja jetzt geh bei meine Sachen wieder zurück ja ich bin da zurückgekommen gut wir haben die Höhle noch nicht zu Ende gezeigt ey du kotzt grad Möhren oder Karotten und ich kann nicht ey wo ist mein Eisenschwert hab ich nicht hab ich nicht doch hast du sehr wohl nein hab ich wirklich nicht ja wo ist sie dann hingekommen ja dann liegt das doch da drinnen ja gut dann müssen wir das holen ja ich komm nach ja ich komm nach äh falls man mich nicht hört dann die Höhle sagt mal Entschuldigung dass man mich nicht hört ja ich weiß mach ich dann ey hast du hast ein Eisenschwert dabei nein hier liegt das nur ich bin jetzt hier unten ne ich meinst du nicht Eisenschwert sondern ähm ähm Steinspitzhacke ja ja die gibt mir mal nein komm wir gehen jetzt erstmal weiter na gut meinetwegen ah da ne ja hier hinter dir stopp stopp da vorne wo da ah endlich ich will nicht mit Karotten hier rumrennen ja Karotten ja wie gesagt ja mach mal schneller hier und hier drinnen war auch so ne Kitze da hab ich das TNT mit links klick so angeklick ich wollt das weg machen und da ist alles mit der Kitze explodiert hier ist ein Monster Spawner ein Skelett Spawner den hab ich ausgeleuchtet und hier komm oh du bist echt so lang hier hier wollte ich getötet von Splash Potion Splash Potion von Damage äh 10 Stacks Feierbände mega viele Stacks ähm wie heißt das ja 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 klar ich weiß was ich meine ey ist ja hier ist der Tegel ja aber bau das nicht ey bau das nicht ja ab ok ey tu das wieder drauf gut ja und hier und hier in dieser Kiste ist halt total viele Wolle äh dann können wir auch dann ey ja können wir dann auch das auch noch ein paar Betten machen werden nämlich auch noch andere kommen sollten wie äh JN wie hieß er nochmal JN 0 äh ja wie immer irgendwie sowas komm wir gehen ja und dann können wir auch für den halt auch ein Bett machen und bitte seht ihr könnt ja auch hier reinkommen in meiner Kanalbeschreibung steht doch wie ihr das könnt ja hast du hast du ein ähm jetzt hätte ich gesagt ein Eisen ähm echt jetzt eine Steine Spitzhacke mit ja ja warte ich hol mir ich hol mir grad eins dann können wir ähm Cola abbauen oh fuck da ist ne Spinne hilfst du mir kurz die zu töten ja komm mal bitte hier raus ich hab keinen da ist die ja mit zwei hat sie nicht gerechnet hast du ja du hast grad ey ja hier hast du zwei Steine Steine äh Steine oh man ja dann gib eine echt jetzt sie ist kurz kaputt gar nicht nein ey und sie ist kaputt obwohl wir müssen ja eigentlich gar nicht Kohle abbauen weil wir ja ey ein endloses Kohlelager ne wir haben hier Alter ist ein Creeper wo hier komm Alter nicht kaputt machen nein nicht 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 in der Nähe davon lock ihn raus lock ihn raus geh weg lass mich das machen nein Alter nicht dass er explodiert nicht in der Nähe lass mich das machen Mann ich schaff das ich hab die XP bekommen hm ey die XP ich hab nur noch ein Herz werf mir die XP zu das geht nicht ich weiß ey lass mal eine Mine ausgraben vielleicht finden wir da ja auch noch was Alter wir brauchen jetzt erstmal wahrscheinlich finden wir hier irgendwas ja wahrscheinlich ähm wir müssen jetzt erstmal äh eine ich brauch ich tu hol mir jetzt erstmal wo hab ich jetzt die ganze ah da eine Steinspitzhacke und eine Steinaxt denn ich möchte nämlich wir können ja gleich kennst du Gamesmod was ja man kann ähm sich so ein Buch erstellen aus ich glaub das war ein Spinnenauge ein Buch ein Knochen und halt alles so von ähm Monstern und so ach hier sind jetzt meine Mine und da ähm ich hab noch was gefunden wo wo bist du nein wo bist du du musst äh die äh Teile hochklettern die jagen nach ganz oben ne nach ganz ganz oben nach ganz ganz oben ja und was dann ja und dann kommt hier so ein Wasserfall und da musst du reingehen warte ich geh da mal rein warte ich komm auch naja ich nehm noch nix raus ich guck nur rein also ich muss ich muss gar ganz oben und dann wieder runter fallen nein nach ganz oben also die Lianen hochklettern ja die Lianen ne ja die musst du alter nix machen bleib da bleib da und zeig mir den Weg wo das ist hä das ist eigentlich voll scheiße das war so weh war da ne Tür oder was nein der Wasserfall der geht doch irgendwas rein ne nein hat außer wo bist du wo ich weiß ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht es ist du ich hab keine ich hab keine ja ich weiß aber bitte komm mal und zeig mir genau den Weg bist du die Lianen hochgeklettert ja aber da hab ich nichts gesehen ey kletter die doch mal hoch nichts machen ja warte ey ich komm mit ey ich brauch mal eigentlich ne äh so ne selbstverschießbare Tür nix nehmen das ist meine Sache ich hab nichts genommen also hier jetzt einfach das hochklettern ja nein wo bist du ich komm vermisst du mich schon ey ich hab nur noch ein Herz hör auf so und jetzt wohin in den Wasserfall ja ist das denn wirklich so schwer hier nach oben nach oben nach oben hier nach oben hier geht rein ach hast du das noch nicht gesehen oder was nein hast du was gefunden was nützliches äh wo hast du wo hast du was gefunden hä 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 wo bist du hier ja wo wie hoch nach oben 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 Wohin? Ah, da. Hast du keine Fackeln mit? Warte, Schöße. Stone, Toots & Foots. Ey! Was hast du da rausgenommen? Du hast die gerade älter Redstone. Leg den Redstone da wieder zurück. Nein, der Redstone kommt von den Whoppers, die bei dem allen Teil sind. Wohin? Ich hab nix rausgenommen, wirklich nicht. Ja, wo hast du den Redstone? Ey, bei der einen großen Höhle, da war noch der Dropper. Da hab ich den Redstone her. Ach so. Das steht ja auch... Ernsthaft? Das steht ja auch low. Du hast mich grad ernsthaft... Jetzt hol meine Sachen und bring sie mir wieder zurück. Bring sie mir wieder... Wo bist du? Da oben. Jetzt komm wieder runter, bring meine Sachen zurück. Hörst du mich eigentlich nicht? Warte, ich kann das nicht mehr in meinem Inventar. Was tue ich raus? Fäden und... Nein, nicht nicht Fäden raus tun! Ich komme! Oh! Oh man! Oh kacke! Der hat ein Skelett und ich hab nichts. Ich komme! Nein, warte! Ey, wo bist du? Bleib da, wo du bist. Ich hol deine Sachen jetzt. Also ich hol die Sachen, die du übrig bleiben musstest. Nö. Ich musste keine Sachen übrig bleiben. Du hast aber die alles aus dem Inventar, aus dieser Box da rausgeholt. Nein, da waren einzelne Brotstücke. Ja, du hast die einfach mitgenommen. Ah, scheiße, ich bin tot. Ey, wo sind deine bzw. meine Sachen? Ey, jetzt gib meine Sachen wieder. Oh, ich bin falsch gelaufen. Du hast alles und die Truhe da gelassen. Du hast alles und die Truhe da gelassen. Ich bin zerroben. Okay, ähm... Ja, dann würde ich jetzt erstmal sagen, ich gehe jetzt erstmal hier raus. Und... Wie komme ich hier eigentlich raus? Ach, egal. Wisst ihr was? Ich sterbe jetzt einfach. Aber das dauert mir jetzt zu lange. Ernsthaft, mir dauert das jetzt wirklich zu lange. Aber damit ich wieder runterkomme... Ja. Klar, 20 Minuten sind los. Ich weiß. Ich werde das auch weiter machen. Nee, ich kann nicht mehr. Nimm eine neue Folge raus. Nee. Und tot. So. Ähm, jo. Wo bist du eigentlich jetzt mit meinen ganzen Sachen? Komm mal wieder vors Haus. Wo bist du? Komm mal wieder vors Haus. Wo bist du? Komm mal wieder vors Haus auf diesem Blue Stone. Wo bist du? Komm mal wieder. Egal, dann wäre endlich jetzt einfach ohne dich gefeuert, wenn du jetzt nicht kommst. Nein, warte mal. Dann komm jetzt aber auch. Nein. Ich bin so blöd. Oh Mann, wo bist du? Bitte. Mach ich da. Wo bist du jetzt? Sag entweder euch bei... Nee, jetzt die Folge ohne dich. Okay, beende sie ohne mich. Okay. Ich bin hier oben hinter dem Boden. Hä? Ganz oben. Komm einfach runter. Guck, siehst du mich? Ja, warum baust du gerade jetzt dann eine... Nein. Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, Tim, komm jetzt. Oh Mann. Kiyu, komm. Wieso hast du meinen Namen gesagt? Nein. Ach, Schneiderfrauen. Ja. Okay. So, dann verabschieden wir uns jetzt erstmal für die heutige Folge und sagen Tschö. Tschö! Och nein. BI� END� B